Der Sohn kommt von der Schulhammer und sagt, Mama, Mama, wir Buben in der Klasse, wir haben heute unseren Lulumann verglichen. Der Lulumann. Und ich, ich habe den Größten. Dann sagt die Mutter, du, das muss so sein, Rikobert. Du bist der Klassenlehrer. Das muss, das muss so sein, du bist der Klassenlehrer. Das muss, das muss so sein, du bist der Klassenlehrer.